Okay, also ich hab mal jetzt HelloFresh ausprobiert. Ich will mal einfach mal so gucken, wie es ist, weil ich hab einen Gutschein bekommen. Ich sag gleich, ohne Gutschein würde ich das niemals machen. Das ist so scheiße teuer. Also wenn ihr drüber nachdenkt, dann nur mit Gutschein. Also so sieht es innen drin aus. Also zur Info, ich habe vier Gerichte bestellt. Das Flüssige ist, man muss mindestens für zwei Personen bestellen. Ich bin aber eine Person. Aber ich denke, die Portionen werden eh so klein sein, dass das für eine Person genau richtig ist. Fladenbrot. Da guck ich mal, was in der Nummer 7 drin ist. Okay, die Nummer 7, Babyspinat, Spätzle, Pfanne mit Champignons. Was ich noch zu sagen sollte, ich habe keinen Ofen. Das heißt, ich musste die Gerichte so wählen, dass man sie machen kann ohne Ofen. Guck ich mal, ob ich das hinkriege. Weil die sollte zumindest nicht wieder ein beschissener Koch. Was den Rest betrifft, den packe ich alles in den Kühlschrank. Beziehungsweise das da, das riesige Kissen, das soll in die Tiefkultur, das mach ich jetzt auch gleich. Und dann mach ich die anderen Gerichte halt in den nächsten Tagen. So, was haben wir? Wir haben Ukola, Champignons, die muss ich gleich schneiden. Rahmen, okay. Eine Zwiebel. Oh Gott, Chili, ich hasse Chili. Ich glaube, das mach ich nicht. Brühe. Weihnachten. Eine Tomate. Äh, Aprika. Eine Zwiebel, nur noch Zwiebel. Das war's. Okay, gemäß der Anleitung habe ich jetzt alles geschnitten. Außer das Chili. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, weil ich will da kein Chili reinmachen. Ich mag kein Chili. Vielleicht esse ich das in der Mundprobe einfach so direkt oder so. Keine Ahnung. Ich lasse das erstmal weg. Mal schauen, was passiert. So, jetzt als Schritt zwei muss ich Walnüsse ein bisschen anbraten lassen. Na komm Pfanne. Ähm, ohne Öl, ohne irgendwas. So. Dann, keine Ahnung. Manchmal ist es irgendwie komisch. Also da ist es gar nichts, außer ich Walnüsse drin, kein Öl, kein gar nichts. Also in der Anleitung stand, 1-2 Minuten dauert das nur. Also ich sehe jetzt noch keine Veränderung. Mal schauen. Okay, also ich warte hier jetzt schon eine ganze Weile. Mehr als nur 1-2 Minuten. Äh, ich weiß nicht, ob sich da was getan hat. Also wenn ich umdrehe, sind die schon verbrannt ein bisschen. Äh, aber für so eine Oberfläche hat sich kaum was verändert. Also ich denke mal, das reicht jetzt trotzdem. Äh, aber der Part habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, also, ähm, vielleicht hätte ich hier auch mehr erwenden müssen. Die ist einfach total verbrannt zum Teil. Wichtig, ich habe auch gesagt, ich kann nicht kochen. Aber gut, kommen wir jetzt zum Hauptschritt. So, jetzt habe ich endlich mal Öl reingetan und Spätzle. Die noch ein bisschen gefroren sind. Ah, shit, da hat sich einer verabschiedet. So, dann muss ich jetzt kurz warten und das dann in einer Schüssel tun. In der Anleitung steht, man muss warten, bis die knusprig angebrannt sind. Äh, nach 5 Minuten etwa. Und ich stehe hier auch schon bestimmt 5 Minuten und die sind noch nicht knusprig. Also ich habe sie gerade probiert. Die sind sehr weich und warm, aber nicht knusprig. Oder nur, wenn, dann ein ganz bisschen knusprig. Und jetzt habe ich Angst. Muss ich noch länger das machen oder tue ich die trotzdem schon frühzeitig rausholen? Weil in der Anleitung steht, die kommen später nochmal in die Pfanne. Mit all dem Gemüsezeugs. Da habe ich ein bisschen Angst. Also ich lasse mal noch ein bisschen drin. Ich habe die jetzt auch ein bisschen runtergestellt jetzt. Die sind jetzt halbwegs knusprig, denke ich mal. Also die großen sind immer noch weich. Aber ich traue mich einfach nicht, das noch länger da drin zu lassen. Die sind auf der höchsten Stufe. Ähm, ja, deshalb tue ich die jetzt trotzdem raus. So, da stand, dass man die in die Schüssel tun muss erst mal. Boah, nun verkacke ich das nicht. Ich habe verkackt. Oh, shit. Oh Gott, die Hälfte geht an ihm. So, jetzt kommt das Gemüse rein, das heißt, wir schon geschnitten haben. Das muss man jetzt anbraten lassen. Schon fünf Minuten, frau zur Anleitung. Okay, ich hätte es jetzt nur beide anbraten lassen. In der Anleitung schon fünf Minuten, aber das blöde ist, ich habe keinen Timer. So, jetzt muss ich diese Sahne reintun. Und dann noch ein bisschen Wasser. Okay, da ist so viel. So. Also es riecht schon mal ganz lecker, aber es ist wahrscheinlich auch nur die Sahne. Aber ich habe echt Angst, dass ich das Gemüse und so nicht, vielleicht doch hätte es ein bisschen länger braten lassen sollen. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, ich bin so scheiße im Kuckuck. So, jetzt muss ich die Hälfte von dem da rein machen. Keine Ahnung, was ich mit dem Rest machen soll. So. Also ich kann mit meinem Daumen spüren, dass ungefähr, okay, war vielleicht mehr als die Hälfte, so vielleicht zwei Drittel. Das riecht echt gut. Ich habe so Schiss, Alter, dass das Gemüse nicht fertig ist. Also manche Pilze und Tomaten sahen in Ordnung aus, denke ich mal, aber... Manche sehen immer noch so roh aus. Da muss ich jetzt ein bisschen stehen lassen. Zwei Minuten. Ah, und ich habe gerade eine Anleitung gesehen, ich habe was verkackt. Ich habe die Tomaten früher reingemacht. Ich hätte alles rein machen sollen, außer die Tomaten. Die Tomaten kommen erst am Ende. So, jetzt muss ich das ein bisschen salzen. Und Pfeffer könnte ich da jetzt auch rein machen, aber habe ich keinen Bock. So, jetzt kommt das Ding rein, aber ein Ganze. Ich denke, es ist genug Zeit vergangen. In der Anleitung stand nur zwei Minuten, war jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber die Sohne, die Saße... Die Sahne. So, die Sahne sieht in Ordnung aus, finde ich, denke ich. Ich habe keine Ahnung, wie die wirklich aussehen soll, aber für mich sieht in Ordnung aus. Keine Ahnung. Aber wie viel da drin ist. Keine Ahnung, wie das schmecken wird. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht. So, jetzt kommen auch die Spätzle wieder rein. Und hey, diesmal habe ich nicht verfehlt. Diesmal ist nicht als die Hälfte oder so auf dem Herz gelandet. Also, es sieht lecker aus. Ob das bereit ist, ist eine andere Frage. So, ich habe bestimmt schon so alles verkackt, dass schon Gift da drin ist. So ein bisschen, ich fall sofort tot um, weil ich das Rezept so hart verkackt habe. So, ich muss jetzt Spinat, den Spinat von vorhin nach und nach rein tun. Das ist so viel. Kann ich ihn vorher schneiden müssen? Stand in der Anleitung nicht. Das ist so riesig und das ist nicht mal alles. Es sind so ein Viertel von dem Spinat. Ich muss noch viel mehr rein tun. Das sieht, ich glaube, ich hätte es erst schneiden sollen. Kann das sein? So, hier die zweite Portion Spinat. Das wird langsam nur noch Spinat. Also, Anleitungsstand, bis das Spinat zusammenfalten muss. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist so viel fucking Spinat. Da schaut mal, es fällt schon, das quillt schon über. Ich mache hier gleich nur noch Spinat. Das quillt jetzt alles über und das ist noch nicht mal alles. Wir müssen noch mehr Spinat reinmachen. So, das ist der letzte Spinat. Jetzt müssen wir nur noch den irgendwie unterrühren und dann sind, glaube ich, alle Zutaten drin. Da haben wir alles geschafft. Ja, dann ist das eigentlich schon fertig. Ich muss nur noch salzen. Also, ich könnte auch Pfeffern, aber ich habe keinen Bock auf Pfeffer. Ich weiß, ich habe es schon gesagt. Okay, Ladies und Gentlemen, da haben wir es. Ich habe hier auch die Walnüsse obendrauf getan, die komplett verbrannt sind. Dann mal gucken. Okay, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, ich habe auch gerade den Tomaten erwischt und obwohl ich die viel zu früh reingetan habe, schmeckt die auch ganz gut. So, nochmal jetzt mit dem bisschen Walnuss. Ja, obwohl die Walnüsse verbrannt sind, ergänzen die es ganz gut sogar. Bin überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, obwohl ich so viel wahrscheinlich verkackt habe. Schmeckt das ganz gut. Aber, dass ich sagen muss, das ist für zwei Personen gedacht. Also, ich habe noch in der Pfanne ein bisschen was übrig. Also, ich habe halt nicht alles drauf gepasst. Aber, wenn das für zwei Personen ist, wird das schon ein bisschen eng. Und für eine ist das ein bisschen zu viel. Also, ich sehe es positiv. Da habe ich halt morgen Reste essen halt. Also, Tag eins haben wir geschafft. Überraschenderweise keine Katastrophe. Also, gefällt mir. Ganz cool. Also, gefällt mir. Ganz cool. Untertitelung des ZDF, 2020